Ist Äpfel. Also insgesamt müsst ihr drei Äpfel essen. Wie kommt ihr schnell zu drei Äpfel? Landet ganz einfach hier bei Katten Barbossa. Bei ihm könnt ihr direkt die Äpfel kaufen. Für die andere Aufgabe könnt ihr direkt bei ihm auch eine Schatzkarte kaufen, denn ihr benötigt danach noch drei Flaschenschiffe. Also sobald ihr die Schatzkarte und die Äpfel gekauft habt, verursacht Barbossa Schaden mit der Spitzhacke, damit ihr euch Schaden zufügt. Jetzt könnt ihr die drei Äpfel essen und schon habt ihr die Aufsage erledigt. Bis zum nächsten Mal.